Hallo meine Lieben, wahrscheinlich erkennt ihr mich noch von dem Outfit, von meinem vorherigen Video, von meinem Weihnachtsgeschenke-Video. Jetzt geht es weiter mit meinem The Body Shop Mango Set. Ich habe gedacht, ich drehe dazu ein eigenes Video, gerade von den Düften her, wie es ausschaut, weil ich nur 15 Minuten pro Video habe. Und naja, ihr kennt das ja. Ich hoffe, es blindet nicht zu sehr. Also, so schaut das Set aus. Also, ihr seht wahrscheinlich schon, es ist ein Body, Body, natürlich, ein Duschgel drinnen, eine Body Butter, da ist ein Peeling drin, eine Seife und eben so ein Schwämmchen. Und ich packe das mit euch jetzt sozusagen aus. Und ja, fangen wir an. Als erstes ist natürlich hier das Duschgel drinnen. Und das ist wirklich eine ordentliche Menge, 250 Milliliter. Und es riecht wirklich sehr gut. Ich liebe den Geruch vom Mango, von der Body Shop. Also, es riecht wirklich sehr angenehm. Und so schaut es eben aus. Das wäre einmal drinnen. Dann wäre einmal drinnen eben eine Seife. Wie viel. Ähm. Na. Wirklich. Oh. So, es klebt total fest. Wirklich. Ähm, ja. das ist die seife und es ist auch der bodyshop so reingeschrieben ich kann es nur als auch riechen riecht auch sehr angenehm nach mango und ja und dann habe ich noch eine body butter die riecht auch so gut und da ist echt mega viel drin das sind jetzt drin 192 gramm oder besser gesagt 200 milliliter ich könnte das hier da lesen und da ist echt mega viel drin also kann ich das ja mal so zeigen und dann nehmt ihr sowas weg ich nehme jetzt wirklich nur ganz wenig weg um euch jetzt eben zu zeigen wie reichhaltig so eine body butter ist wirklich spendet viel feuchtigkeit und das habe ich sehr sehr gerne immer an den bodyshop produkten ich finde es immer sehr viel feuchtigkeit überall drin und die größe ist ja der hammer so dann jetzt muss ich dieses plastik das ist eben ein scrub ein peeling und das ist wirklich sehr grob körnig ich glaube das seht ihr auch übrigens da sind auch 200 milliliter drin also gleich wie im anderen so und wenn ihr das seht ich hoffe ihr seht das ein bisschen sehr sehr grob körnig und hier zeigte ich auch noch mal sehr 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 grobe das sind natürlich keine zu mal sehr gut einiges ich habe da schon mal mehr viele dann habe ich halt das mal voll gemacht hat aber ich war gar nicht contracts in der blöde haben wir da noch nicht so ganz gut auch ganz gut da sind schon ganz gut vielleicht wurde es halt nicht so gut jetzt heißt dann bin ich dann mal Und das ist eben in diesem Set enthalten. Ach, jetzt haben wir überall dieses Peeling. Also das wäre jetzt das Set von Mango. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, schreibt das in die Infobox. Und ja, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Tschüss!